Was ist los? Schlechten Tag erwischt? Nächste Woche fangen bei uns wieder drei Quereinsteiger an. Und ich bin für deren Einweisung zuständig. Und wo liegt das Problem? Nun ja, das Problem daran ist, dass ich für deren Einweisung zuständig bin, im Sinne von, ich darf ihnen die Grundlagen vom Beruf beibringen, die gesetzlichen Sicherheitsunterweisungen und unsere Firmengeschichte muss ich ihnen auch noch näher bringen. Und das alles dafür, dass vermutlich in drei Monaten von den drei Bewerbern nur noch einer bei uns in der Firma bleibt. Was ist daran so schwierig? Schwierig daran ist, dass es kaum mehr qualifizierte Bewerber gibt. Und ich muss mich natürlich damit rumschlagen. Dafür muss es doch eine Lösung geben. Die gibt es, denn genau aus diesem Grund haben wir Spedifort gegründet. Mit unseren 160 Unterrichtseinheiten bringen wir Quereinsteigern das geballte Wissen für die Speditions- und Logistikbranche näher. Das entlastet auch den Mitarbeiter, der für die Ausbildung des Quereinsteigers verantwortlich ist. Und das Tolle ist, auch bestehende Mitarbeiter können mit diesen Kursen Neues lernen. Sie können sich freiwillig weiterbilden und ihren Horizont erweitern. Wow, damit wäre mir schon wirklich ein großes Stück geholfen. Aber das löst ihr nur das eine Problem. Und in den kommenden Wochen soll ich auch noch unsere restlichen 200 Mitarbeiter unterweisen. Und das ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Wieso das denn? Das Problem daran ist, dass die eine Hälfte nur schlechtes Deutsch versteht oder gar kein Deutsch. Und die andere Hälfte, bei der bin ich mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt wirklich zuhören. Und das dritte Problem liegt natürlich darin, dass wir alle einen gemeinsamen guten Termin finden müssen. Und das ist alles so gut wie unmöglich. Ist möglich? Klar ist es möglich. Mit Spediford kannst du online deine jährlich gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen, die GV-Zertifizierte durchführen und auch rechtssicher dokumentieren. Du und dein Team seid sehr flexibel aufgestellt. Und die Unterweisungen können orts- und zeitunabhängig über Smartphone, Laptop, Tablet oder Telematiksystem durchgeführt werden. Zudem stehen dir unsere 45 Unterweisungen in mehrere Sprachen zur Verfügung. Das hört sich ja wirklich interessant an. Aber sind denn die Mitarbeiter auch für ein solch neues System bereit? Erfahrungsgemäß erkennen sie die Vorteile recht schnell, weil sie selbst in vieler Hinsicht davon profitieren. Sie können sich ihre Schulungszeiten selbst einteilen und an Unterweisungen dann teilnehmen, wenn es ihnen in ihren Arbeitsablauf passt. Klingt logisch, aber wir sind ein großer Konzern und haben jede Menge firmeninterne Inhalte, welche ich auch beibringen muss. Dafür habt ihr sicher keine Lösung, oder? Selbstverständlich haben wir dafür eine Lösung. Bei Spediford kannst du ganz einfach selbst auf den Regiestuhl Platz nehmen und Themen erarbeiten, wie zum Beispiel Unternehmensgeschichte, wie funktioniert das Transportmanagementsystem oder sonstige Themen, die euch gerade wichtig sind. Das Ganze selbstverständlich vom Datenspeicher her unlimitiert und datenschutzkonform. Und das alles in einem Produkt? Nicht schlecht. Aber wenn unser Vertriebsmitarbeiter eine Excel-Schulung machen möchte, dann müsste ich doch rein theoretisch wieder auf ein neues System umsteigen. Nein, dafür gibt es unseren Spediford Marktplatz. Hier kannst du auf ein breites Spektrum an Kursen von kompetenten Partnern zugreifen, die Spediford selbst nicht im Angebot hat. Und das Beste? Ein Großteil der Kurse ist in unserer Flatrate inklusive. Wow! Das heißt, ich kann alle unsere Quereinsteiger einweisen, unsere firmeninternen Inhalte wiedergeben, die Sicherheitsunterweisungen beibringen und sogar auf dem Marktplatz externe weitere Systeme finden. Und das alles in nur einem System? Ich denke, du hast mich überzeugt. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Ganz einfach. Vereinbare ein Webmeeting mit uns und wir erklären dir, wie du mit Spediford von vielen Vorteilen profitierst. Ich bin dabei! Bis zum nächsten Mal!